Dreh dich! Ja, super! Guten Morgen! Na Leute, seid ihr auch schon alle wach? Soll ich Frühstück machen, Ara? Lecker? Möchtest du lecker haben? Ja, ich glaube, du kannst auch was vertragen. Komm, aufstehen, komm! Komm, wir stehen jetzt auf... Okay, okay, nicht so heftig. Ja, ich weiß, du liebst mich, du möchtest kuscheln. Hier, das ist mein Hund morgens. Sie möchte immer noch ein bisschen mehr kuscheln, anstatt dass wir dann direkt aufstehen können. Hä? Was denn? Möchtest du dich vergraben hier in mich drin? Ist das das, was du willst? Oh, okay. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß denn. Ah, du bist so süß. Du bist so süß. Ja, okay, okay, komm, wir stehen jetzt auf. Komm, komm, wir stehen jetzt auf. Komm, raus, ab. Lass uns jetzt aufstehen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Test. Ich habe jetzt noch ein bisschen Rest vom Nagergras abgeschnitten. Ob sie das dann eventuell fressen. Ich habe sie noch nicht sauber gemacht. Aber, hallo, meine zwei Emmels. Hier kommt ja die... Was habt ihr da mit dem... Ich will gar nicht wissen. Ich will es eigentlich wissen, aber ich will gar nicht nachfragen. So, die Ara kommt auch. So, guckt mal hier, ihr beiden. Tatadada. Wie findet ihr das? Oh, ist das schön. Ist das doch lecker? Ja, hier haben wir Ara. Die waren gerade, also nicht gerade, die waren noch in der Nacht draußen. Ich bin ja sehr spät nach Hause gekommen. Da dürften wir ja immer mal raus. Und die Ara, die hat ja so Angst vor dem Boden. Deswegen habe ich da meine Yogamatte ausgelegt. Und sie hat überhaupt gar kein Problem mit Kaninchen. Und man wird es nicht glauben, aber die Kaninchen, ja, die hatten zwar Angst am Anfang und wussten gar nicht, hä, was ist das? Weil sie kannten in ihrem Leben noch nie einen Hund. Never ever. Aber hey, sie trauen sich mittlerweile jetzt hier schon vor und gucken dann immer und gehen dann zu Ara und dann geht Ara weg. Ja, und Bröckchen ist jetzt draußen. Karl hat aber zu sehr Hunger. Der frisst. Und Karl ist so schön. Boah, jetzt habe ich hinten nicht zugemacht. Aber wenn du da jetzt gleich rausgehst. Jetzt ist sie hinter mir. Ich kann mich gerade nicht trennen. Die Hamster sind nicht wach. Ist auch kein Wunder. Wir haben ja auch schon morgens. Und man sieht total geile Spiegelung. Vielleicht haben wir aber heute noch eine Chance, die Zoe zu sehen, weil sie tagsüber, also mehr wach ist als Shihiro. Und da können wir sie vielleicht mal in Action erleben. Und sie hat ihren Keks dann schon ganz angeknabbert. Und ihre Röhre da auch. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal schauen. Das Leckere vom Feste für die Kaninchen. Ara hat jetzt was getrunken und Ara, die möchte jetzt auch was fressen. Sie guckt nur wieder ängstlich und hat einfach nur überall Probleme hinzulaufen. Und sie kriegt jetzt was zu eten. Zu Aras Fütterung. Sie kriegt morgens eine Dose. Die frisst sie im Ganzen. Die wird nur einmal geschluckt. Ne, eine Dose. 200 Gramm sind hier drin. Und damit kommt sie eigentlich richtig gut zurecht, weil ich finde einfach, dass sie ihre Linie halten muss. Und sie kriegt dazu noch ein bisschen Trockenfutter am Mittag. Und schon ganz viel natürlich getrocknetes Fleisch dann noch. Was machst du hier? Es gibt jetzt was zu essen. Du sollst jetzt hier voll interessiert sein. Und so, wow, ich bin so aufgeregt. Und ich so, oh mein Gott, ich habe so Angst, weil der Boden so, äh. Dann mache ich das jetzt hier mal auf. Oh, das ist so schwer. Ich muss auch gleich noch eine Kleinigkeit, Kleinigkeit, Kleinigkeit frühstücken. Mh, lecker. Frisches Wasser hast du schon. Und hier ist dein Leckerschmeckerfutter. Wo bist du, Ara? Wartest du da? Hm, du wartest schon direkt, damit ich okay sag. Okay. Okay. Komm. Ja, okay. Okay, der Boden tut dir nichts. Da, okay. Okay. Mein Gott, 50 mal okay sagen. Aber anders kennt sie das nicht. Aber der Boden. Yes. Es gibt auch dieses Spiel, der Boden ist Lava. Ich glaube, dass Ara das sehr gut verinnerlicht. Und deswegen. Also ich weiß nicht, was in der Welpenphase bei der passiert ist, dass sie so eine Angst hat immer vor fremden Böden. Wenn sie die kennt, auch in der alten Wohnung, ist das total egal. Dann kommt sie damit super klar. Aber hier, das dauert halt noch ein bisschen. Wahrscheinlich ein halbes Jahr und dann läuft die wie ein ganz normaler Hund drüber. Aber jetzt so, ich stehe jetzt so steif. Aber ich habe Hunger, deswegen esse ich jetzt. Und ich mag das. Sage ich doch, die Stuckunger sind, die kaut nicht. Wie viele gestern beim Treffen gesagt haben und Zuschauer, dass ein Krankenwagen geht. Wie klein die Ara ist. Weil sie hat eine Schilderhöhe von 50 cm. Und ich sage immer, sie ist groß wie ein Australian Shepherd. Und alle sagen immer, die sieht aber in den Videos viel größer aus. Leute, guckt mal meine Hand selber. Die hat so einen kleinen Kopf. Da ist ein Pinscher mit drin. Also ein deutscher Pinscher. Und die sind maximal 50 cm groß. Eigentlich sind die noch kleiner, die sind 45. Okay, das war eklig. 45 cm, also noch so ein bisschen kleiner. Weil Rüden sind meistens 50 cm und sie hat die 50. Und das ist dein Wasser. Ich wäre dir dankbar, weil ich nicht hier... Oh mein Gott. Kannst du auch mal nur wie so ein normaler Hund fressen. Das wäre schön. So, jetzt ist sie schon fertig. Dann mache ich jetzt eben die Kaninchen und die kriegen Futter. Also die werden sauber gemacht und kriegen dann Futter. Und dann gehe ich mit dem Hund eine Runde spazieren. Ich bin heute zum ersten Mal seit bestimmt zwei Wochen oder so, habe ich etwas länger geschlafen. Also eine Stunde. Und das hat voll gut getan. Bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt glücklich? Ich glaube schon. Napf ist leer, Hund ist voll. Das will man sich ja. Der Kampf mit dem Boden. Er ist so schlimm. Man weiß nie, ob man auf eine Tretmine treten kann. Und da unten ist Wasser drin. Das ist unser Allzweckschrank. Slow motion. Yeah. Meine kleinen Wackelnasen vom Dienst. Ihr seid jetzt dran. Ich sehe, es ist schmutzig. Ich sehe, ich habe es zerstört. Ich sehe, Karl, du machst wieder deinen Namen. Alle Ehre. Ja, ja. Ja. Und ihr habt beide, glaube ich, Kohle. Oh, das ist so schön sauber. Aber ihr zwei Schmutzfinken werdet das in ein paar Sekunden wieder alle zerstören. Ich kenn euch. Sandbad säbe ich immer mit einer Katzenschaufel. Den Boden fäge ich dann einmal komplett. Dann immer die Reste von dem Heu nochmal wegmachen. Und die, die sie vielleicht noch fressen können, da rein. Dann haben wir hier auch nochmal das Gleiche mit der Heu rauf. Und dann auch noch da einmal die Käfisschale sauber machen. Und das andere Katzenklo, ne? Und jetzt habt ihr beiden, glaube ich, Hunger, oder? Ja, du bist so süß. Du bist natürlich auch süß. Und du bist alt. Aber du bist vor allem süß. Achtung, Futter-Taxi. Oh, lecker, lecker. Fressen. Gib mir, gib mir. Das morgendliche große Fressen beginnt. Und beide sind jetzt nur einfach glücklich und zufrieden. Gehege ist sauber. Man kann es wieder schmutzig machen. Und die nächste Ladung Futter gibt es dann entweder heute Abend oder heute Nachmittag. Je nachdem, wann ich zu Hause bin. Heu haben sie jetzt auch nochmal gekriegt. Und jetzt sind sie eigentlich fertig. Und jetzt gehe ich mit dem Hund raus. Die Hunde-Omi ist jetzt startklar. Wir werden jetzt eine Runde hier Fahrrad fahren. Wobei ich jetzt nicht so schnell fahren werde wegen der Temperatur. Aber damit sie schon mal ihren Sport weg hat. Ich hoffe, das ist scharf. Wir beide sind im Fischelner Stadtpark. Oder wie man das hier nennt. Es ist so ein ganz großer, toller Park, in dem man spazieren gehen kann. Auch mit Spielplatz für Kinder. Und ihr seht, die Ara ist an einer langen, orangenen Leine. Es ist so eine Schleppleine. Einfach aus dem Grund, weil ich kann sie nicht mehr hundertprozentig abrufen. Das hat nichts damit zu tun, dass, weiß ich nicht, ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber die Ara hört einfach nicht mehr so wie früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und sie hört generell nicht mehr so hundertprozentig gut. Und deswegen muss sie jetzt bei mir an der Schleppleine laufen. Und natürlich ist es heiß. Sie gehen auch noch eine kleine Runde. Aber der Hund muss ja schließlich raus. Und ich denke mal, heute Mittag kann sie eh im Garten dann Pipi machen. Aber hier muss sie dann wenigstens einmal spazieren gehen. Und sonst bleibt sie ja auch immer jetzt hier bei mir an der Seite vom Fahrrad. Ich habe auch da die normale Leine. Die ist jetzt hinten. Nur das Ding ist halt, wenn sie dann mal stehen bleibt und was schnüffelt. Oder sie sieht mal was. Dann musst du immer selber gucken. Oh, sie ist gar nicht im Bild. Sorry Leute, ich sehe nicht so viel wegen dem Licht. Und ich fahre jetzt einmal über deine Lade drüber. So, Filchkin, jetzt kannst du laufen. Komm. Ja. Total fertig mit der Welt. Und nein, wir rennen nicht. Nun, genau das meine ich. Da muss ich nicht immer stehen bleiben. Komm. Und da hast du auch die Freiheit ein bisschen so zu laufen. Weil ich weiß gar nicht, ob es ein Krefeld, wenn jemand aus Krefeld kommt, ein Hundepark hier gibt. Wo man den Hund auch so freilassen kann. Da habe ich keine Ahnung von. Aber die Schleppleine kennt sie auch schon. Guck mal, geiler Müllberg da hinten. Das ist ja total toll. Ich habe extra hier meine Hundetüte, weil die Ara direkt auf den Weg gemacht hat. Da habe ich das weg gemacht. Boah, das finde ich immer so schrecklich. Das ist immer so unnötig und blöde. Und warum? Wieso? Wieso? Ich verstehe. Ara! Äh! Hier! Ich habe keine Lust, dass die da an den Müll geht. Das muss ich nicht machen. Das ist nicht. Und falls ich mich bei manchen befehle, das hat jemand geschrieben, wie kannst du deinen Hund so anschreien? Ja, aber sonst hört die manchmal nicht. Das ist so. Vielleicht haben auch gewisse Leute Angst vor so großen Hunden. Ara ist zwar jetzt nicht groß, aber keine Ahnung. Und geht ihr auf sie zu und wenn sie ja nicht zurückkommt, naja. Und hier haben wir nur Felder. Das ist voll schön. Und ich sehe gerade nicht, also hier laufe ich am Ruhlfahrrad. Da sieht man das. Ich habe zum ersten Mal in dem Jahr eine Hotpants an. Also eine kurze Hose. Sonst ist es trotzdem warm. Und die Ara trägt das Geschirr, weil ich auch am Fahrrad. wie bei Geschirr habe. Weil das ist ja so wie sie... Ja, gut, jetzt hat sie was entdeckt. Es riecht hier gut. Gibt es hier Kaninchen? Ja, komm. Hier. Wenn du jetzt durch den Baum gehst, komm hier. Aber das ist schön hier zum Spazierengehen. Ich glaube, wenn ich hier einen Hund hätte, würde ich hier auch immer so eine Runde drehen. Kann man auch gut. Dann ist sie erst mal gleich kaputt. Und da hinten kommt auch Schatten. Das ist toll. Ja, jetzt stört die jetzt, weil hier sind auch viele Kaninchen. Aber die haben jetzt auch sehr viele Jungtiere. Und ich lasse sie auch aus dem Grund nicht raus. Weil ich genau weiß, dass sie den hinterher will. Was soll das? Ich glaube, das ist der Pinscher. Der Pinscher ist ja ein Jagdhund, ob man es glaubt oder nicht. Und komischerweise ist das aber nur draußen. Drinnen ist dir das alles egal. Also, Ara, komm! Wir müssen hier lang. Komm! Ja. Ich habe auch Wasser für sie mit. Frau Spaghettiarm, kommen Sie jetzt hier hin. Ara! Hier! Sitz! Na geht doch. Okay. Also auf mich. Jetzt bin ich hier über meinen eigenen Latschen gelaufen. Nochmal. Also auf mich scheint sie zu hören. Ich glaube, sie kann einfach meine Mutter nur nicht so ernst nehmen. Wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, aus dem Erziehungsgrund. Und ja, ich finde das super schön hier. Guck mal, die Blumen, die Büsche. Richtig toll. Sag mal, wo willst du eigentlich hin? Ich will wieder laufen. Wenn ich jetzt wieder mit dem normalen Fahrrad fahre, dann bist du tot. Das kann ich leider nicht. Die Ara ist auch so für ihr Alter. Ne, lass mal weiter rennen, lass mal weiter rennen. Mir ist das egal. Komm, komm weiter. Ich bin nicht alt. Ich bin immer nur jung. Ich kann ganz schnell laufen. Oh nein, doch nicht. Also am Ende hin. Dann merkt ihr es richtig. Mann! Ich bin doch schon ein bisschen vom älteren Semester. Das ist dann immer so. Ach, und ich hoffe, man hört den Wind nicht so dolle. Aber ich finde das mal schön, so einmal ein bisschen den Spazierweg hier zu vloggen. Das ist Bambus. Guck mal. Oh. Ich weiß auch schon, wo lang. Okay. Ich fahre trotzdem nicht mit dir. Ich werde immer noch erstmal schieben. Nachher, wo Schatten ist, können wir gerne fahren. Und, ihr werdet gemerkt haben, ich bin kein Fan von Flexi-Line. Na komm. Hoppala. Einfach aus dem Grund nicht. Okay. Da. Lass mal bitte da rum. Okay, gut. Das hatte ich einfach, keine Ahnung. Ich habe einen Flexi-Line-Trauma immer. Und da ist ein Hund dran. Und für große Hunde mag ich die. Da habe ich lieber sowas. Und hopp. Sob, oder? Oh, es ist so warm. Komm. Geh da in den Sand. Leichte Schwierigkeiten damit, aber ich glaube, nee. Können wir weitergehen? Das ist irgendwie langweilig. Das ist jetzt Ara im normalen Lauftempo, wenn ich sie so an der Leine habe. Weil da die Schleppleine ist jetzt abgemacht. Hier fürs Fahren. Und man glaubt es nicht. Aber sie will halt immer noch laufen. Und wir sagen, ja, wie kannst du deinen alten Hund noch so viel laufen lassen? Die will. Das ist ja das Ding. Und ich denke, solange der Hund das auch noch kann und möchte und es keine körperlichen Einschränkungen gibt, wie Krankheit oder sowas, sondern sonst ist es auch noch. Und dann ist sie auch ganz glücklich und also die läuft auch immer nur. Ich kann das ja mal zeigen. Hier. Ihr seht das. Hier. Und Sitz. Seht ihr? Also ich brauche mir da keine. Normalerweise gibt es auch diesen Fahrradhalter. Es gibt jetzt einen ganz tollen von, wie heißt das nochmal? Irgendwas von Metall oder so, die Marke, keine Ahnung. Finde ich total cool. Ist jetzt ganz neu erhältlich. Den wollte ich mal ausprobieren, den kann man auch am Fahrrad dran machen. Aber das ist wie so eine Klingel. Und da hinten haben wir nochmal Runde. Oh ne, die kennst du schon. Oh, und die haben Kinder gemalt. Uh. Und so fahren wir nach Hause und dann ist erstmal der Morgen Spaziergang fertig. Morgen! Ah, Junchen, du und Fahrräder. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das sehen manche nicht so gut. Ja. Ja. Keine Lust. Wie schnell das eigentlich gehen kann und schwupps ist man im Auto und schwupps ist der Hund mit dabei, denn es geht nach Hause für sie. Zwar nicht für mich, aber ich bringe sie heute, am Sonntag darauf, dann nach Hause. Und ich bin gespannt, wie sie reagiert und es ist einfach mega warm, wie schon vorher gesagt. Okay, Mäuschen, komm raus, komm. Hopp raus, hopp raus. Oh Gott, die Sahne blendet. Ja, Ara. Ja, Ara. Aha. Sieht ihr? Ja, hallo, Pussi. So wird die Tür aufgemacht. Ich bringe dir deinen Hund. Ist das nicht schön? Boah, das ist so warm. Ich weiß. Das ist so mega warm. Das ist meine Mama, die kennt ihr. Hallo. 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 Ara muss erst mal durchchecken, wer das da ist. So, hallo. Das ist mein Vater. Sag mal hallo. Hi. 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 Wo ist der Pedro? Wo ist der Pedro? Ich glaube ich nicht, dass er weg ist. Ich muss mal eben meine Katze suchen. Pedro. Pedro. Hi. Ich weiß doch, wo der ist. Ich weiß immer, wo meine Katze ist. Äh, mein Kater. Hi. Oh, boah, da riecht hier voll nach Gring. Hallo. Hi. Ara, guck mal. Ist der Pedro da? Ja, der Pedro ist da. Ja, 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 ja. Hallo. Ja. Ich muss hier einfach noch ein bisschen vor sich hin entspannen im Schatten. Ja, was willst du? Lauf. Und wir haben hier einen Pool. Aber ich war da noch nicht drin. Ich war da noch gar nicht drin. Ich wusste noch nicht mal, dass wir einen Pool haben. Es geht hier alles so schnell. Da ist man mal ein paar Wochen nicht zu Hause. Und da ist alles... Ara, komm mal. Ara, komm. Komm mal. Komm schnell. Komm. Ja. Was denn? Ach man. Freut sich jemand. Es war das erst so heiß wie Hunde. Der Himmel ist grau. Die Erde nass. Es hat gerade auch richtig in Strömen geregnet. Und haben wir in der ist ja nicht einen wunderschönen Garten. Der ist total schön. Hallo. Was machen wir da? Prinz Pedro hat immer eigene Möbelstücke. Dürfte ich das mal erwähnen. Der hat drin seinen eigenen Sessel und der hat seinen eigenen Stuhl. Da hängt er immer ab. Und da schläft er jetzt. Bei Regenstätting. Hi. Wie Prinz kann man so schön immer kraulen. Du bist schon so alt. Oh. Futter. Hast du das gehört? Futter. Da gab es was im Lopf. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt mal aufstehen und gucken. Dem sollte ich vielleicht nachgehen. Ich weiß es nicht. Oh. Komm. Komm, Piro. Komm. Da gibt es lecker. Oh. Da muss ich jetzt meinen kleinen, bischigen Hintern bewegen. Oh. Und Piro ist hier weich und kuschelig. Und er schnurt. Und er sieht gerade nach dem Motto aus. Warum musst du mich in die Kamera halten? Warum? Wieso gucken wieder Leute zu? Ich will einfach nur fressen. Warum guckt die andere Frau direkt daneben zu? Was ist das? Ich werde hier beobachtet. Big Brother hilft mir. Nein, du bist üblich. Ich bin mein süßer Schatz. Mein Prinz, ne? Piro, rennen Sie in die Freiheit. Es regnet. Komm, rennen Sie. Es wird Zeit. Bewegen Sie Ihren Hintern in den Regen. Und gehen Sie raus. Sie gehen wirklich raus. Wow. Aber er hat nur so getan, als ob er rausgeht. Weil er eigentlich unter dem Grill sitzt. Und nur darauf wartet, wieder reinzukommen. Damit ich ihn wahrscheinlich nicht nerve. Und vielleicht merkt er auch, oh. Es kommt noch ein richtig schönes Gewitter auf. Und das mache ich so richtig heftig. Und hier haben wir eine kleine Spinne. Im Kreislauf des Lebens. Ah, nee, im ewigen Kreis des Lebens. In einem Spinnennetz. Die gerade irgendwas frisst. Hm. Also Mama, sag doch mal, was hast du denn davon? Ja. Ich war auf dem Markt und da habe ich Kohlrabi-Blätter. Papa, könntest du bitte aufhören da? Ein Würmchen. Ein Würmchen. Ein Würmchen, nein. Und eine dicke Kohlrabi. Und das sind Radieschenblätter. Für die Kaninen. Für die Nähnchen. Ja. Für die Nähnchen. Ja, weil du immer mitdenkst. Ja. Jeden Samstag. Jeden Samstag ist bei uns nur Markt. Ja, ist bei uns Markt. Und dann habe ich immer gefahren. Und du denkst auch dran an die Kaninchen, ne? Ja. Lecker. Mit Rotkohl. Mit Rotkohl. Ja, so denkt mein lieber Herr Papa. Mama immer nur liebhaben, ne? Genau, das nehmen wir dann noch mit. Es riecht halt immer noch weiter hin. Bin jetzt bei mir in der Wohnung. Ich musste erstmal alles sperrangeweiht aufmachen, damit kühle Luft hier durchkommt. Guck mal, was die beiden Vöglein da oben den Regen abwarten. Ich sehe euch. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ach, ihr beiden Hasen. Wisst ihr was? Ihr Oma hat euch wieder was runter mitgebracht. Und ich weiß, was ihr möchtet. Und zwar möchtet ihr gerne raus. Ich werde kurz jetzt hier ein bisschen mehr Gitter wieder aufbauen. Und dann konnte er ein bisschen raushoppeln jetzt zur Abendstunde. Okay, dann kommt mal meine kleinen beiden Terror-Bimmels, ey. Ja, komm schnell, Babys. Kommt raus. Geht spielen. Die Ara ist jetzt so weg. Also... Oh, da liegt immer noch Gras. Das habe ich gar nicht weggemacht. Hi, Karl. Hallo, darf ich dich vielleicht streicheln? Darf ich? Ich glaube, das war nein. Irgendwann kann ich dich anfassen. Ich brauche halt noch ein bisschen so länger, liebe Bröckchen. Eine Bröckchen stelle ich da auch mal hin. Karl, du bist im Eingang. Lass mich mal durch. Und das kommt hier in die Ecke. Na, damit ihr da auch pullern könnt. Zu unserem Kühlschrank sind noch weitere tolle Postkarten dazu gekommen. Das ist, glaube ich, von der Equitana. Oder wie diese Pferdemesser heißt. May the horse be with you von Star Wars. Echt cool. Und dann hier noch eine alte Zuschauerkarte. Komm mal auf einen Kaffee vorbei. Oder hier. Ganz neue kuschelige Grüße. Ich finde das so süß mit diesem Kaninchen. Kuschelige Grüße. Es füllt sich langsam. Und ich finde das total cool. Weil da hat man immer Bock irgendwie, als auch Fremder, vielleicht mal drüber zu lesen. Und wir haben jetzt auch ganz viele neue Magnete. Und draußen ist irgendwie die Hölle los. Irgendwie mit dem Wetter. Jetzt genommen ein bisschen Frischfutter. Ich werde jetzt mal probieren, jetzt hier mit den Radieschenblättern. Das kennen die eigentlich schon vom Tierheim. Weil da haben sie immer sehr viel davon gekriegt. Nur ich habe Angst, dass die morgen zu weg sind. Und deswegen kommen die jetzt mal hier rein. Vielleicht magst du sie essen. Oder vielleicht nicht. Die haben ja schon voll die Dächer hier in meiner Yogamatte reingemacht. Sollte ich mal deinem Bruder Bescheid sagen? Der checkt halt wieder mal nicht. Ich weiß nicht, ob ich das essen soll. Nee. Ihr seid so verwöhnt. Wisst ihr das? Also das sind kleine verwöhnte Nähnchen hier. So, ich gebe doch mal deinem Bruder. Egal, guck mal. Oh. Hier. Was hältst du davon? Nicht meine Füße. Das Blatt. Okay. Manchmal kommt man auch als Halter zur Kenntnis, dass die Tiere das nicht mögen. Okay. Nein, definitiv nicht. Oder? Kannst ruhig raushoppeln. Ich weiß, deine Schwester tyrannisiert dich manchmal. Aber du kannst dir ruhig raus. Das Ding ist jetzt geöffnet. Heute Abend beschweren die sich wieder am Stehenden. Wir können nicht raus. Warum? Ich lasse das jetzt. Vielleicht habt ihr doch... Was ist eigentlich immer los? Was habt ihr mit meinen Beinen? Sind die so interessant? Hänge. 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 Wow. Und dabei habe ich gar nicht so tolle Beine. Die sind alle voll mit Kratzern oder sonst was. Nein, da ist Karl. Nein, guck mal. Hier ist ganz viel frisches Futter. Da. Guck mal. Ich lasse mich mal hin. Karl. Weißt du nicht, Karl? Karl. Guck mal. Vielleicht soll ich es so machen. Ich locke ihn mal an. Nee. Du Couch-Potato. Nein, sie frisst. Deine Schwester frisst. Also musst du auch fressen. Karl, los. Karl. 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 Guck mal. Oh. Mnjam, njam, njam. Nein. Okay. Ja. Ich glaube, das wird richtig toll, wenn die erstmal ganz frei in eine Wohnung rumhoppeln dürfen. Ich weiß, ich müsste dann mal berechnen, wie viel Quadratmeter sie dann hätten. Das wären aber bestimmt mit den Räumen. Jetzt haben sie ja gerade 5,4. Ne, 5,7. Und das wären dann, ich glaube, irgendwas mit, äh, so, keine Ahnung. Ich denke mal, das müssten, glaube ich und denke ich mal über 20 Quadratmeter Wänden sein. Wisst ihr, worauf ich bei den beiden Nasen so stolz bin, außer dass sie mega neugierig sind und ich jetzt gerade erstmal, jetzt später wieder jemand, äh, unsere Leckereien da weg tun musste, damit die da erstmal hinkommen. Es geht sich darum, die Klosache funktioniert einfach blendend. Also, die machen auch da aufs Klo und die sind so klotrainiert, die machen wirklich nur da hin. Selbst hier muss ich mir keine Sorgen machen, dass, das ist die Kamera, dass die draußen machen oder pinkeln, weil die einfach, natürlich, es gibt Aussätze, aber die gab es bisher noch gar nicht und, ja, ich bin einfach nur glücklich, dass das so toll klappt. Was machst du jetzt da oben? Bist du jetzt glücklich? Möchtest du dir eine Blu-ray-Hoballe anschauen? Ich glaube, ich sollte da irgendwas hinstellen oder einen Teppich drauf machen, dass der da nicht ausrutscht, weil... Jetzt kann ich wieder was dagegen bauen. Ich glaube, ich tue da dagegen dann hier das hin, dass er mir da nicht ausrutscht, da habe ich ein bisschen Angst. Aber so kommen immer wieder neue Erkenntnisse und nee, die können nicht an die Kabel da dran. Die sind nämlich alle da oben gestellt. Ne, Kai? Die sind alle da oben. All die da oben. Wie man selber immer in den Videos dazu lernt und durch eure Kommentare, das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt, weil ich lese mir sie auch immer fleißig durch, sofern ich alle lesen kann. Und es gibt da so viele Tipps und, ah, es hat dann geknackt und die versuche ich dann auch umzusetzen, wenn sie dann für mich machbar sind. Das ist immer total nett, weil dann merkt man, die Leute denken auch mal mit, das ist schön. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr dann sagt, wie süß die sind, weil, hm, meine ich nicht selber, dass ich so bekloppt wäre und meine eigenen Tiere so mega süß finde. Und du magst doch die Blätter, ist doch schön. Und meine Mutter gut mitgedacht. Und Kai frisst er auch und im Hintergrund hört man vielleicht ein bisschen von meiner Amazon-Musik. Die läuft da gerade. Und jetzt frisst er auch. Na, jetzt haben die beide das jetzt für sich entdeckt, das ist schon mal gut. Ich hoffe, es mundet euch, aber das gehört wahrscheinlich, also es gehört definitiv nicht zu ihren Favoriten. Deswegen. Hm, weiß ich nicht, weil ich selber esse auch nicht gerne Radieschen, muss ich zugeben. Ob sich das für mich lohnt, die dann weiterhin vielleicht mal zu holen. Das ist euer Klo. Immer noch, jetzt können sie nicht ausrutschen, wenn sie vielleicht da hochhoppeln, da schaffen sie es nicht hin. Aber da und das hier alles zugestellt ist, ist nicht machbar momentan. So Leute, ich muss raus, ich muss mal die Küche machen. Ja, ich fühle mich immer viel besser, wenn ich einmal die Küche komplett geputzt habe. Da es jetzt schon so spät ist, werde ich mit diesem ultimativen Wischer erstmal kurz die Wohnung durchwischen. Das ist so gut, das habe ich glaube ich schon mal in einem Hamster-Video vorgestellt. Ich habe das im Angebot gekauft, da hat es nur wenige Cent gekostet, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist fast so gut wie ein Sauger und das, sogar die Tierhaare nehmen das aus. Ich liebe dieses Ding, es ist einfach phänomenal. Und jetzt mache ich das noch. Ich glaube nachher sind da noch die Hamsters wach, weil es ist jetzt schon, boah es ist gleich schon 10 Uhr und wir haben immer noch, wow, es ist immer noch mega hell. Darth Vader ist in der Zeitung. Unglaublich aber wahr. Ich weiß nicht, ob es jungen Leuten so geht, aber ich lese gerne Zeitung. Und ich bin auch froh, wenn wir mal Zeitung kriegen, weil sonst ist sie so zugestopft bei uns im Hausflur oder wir kriegen sie gar nicht. Und ich lese sie gerne. Also, ich lese mal kurz durch, lese mir einige Artikel und schaue, was aktuell ist. Aber irgendwie in meinem Alter lesen gar keine Leute mehr Zeitung. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, wir haben ja nicht mehr Fernsehen. Also, wir haben kein Fernsehen. Aber ich möchte ein bisschen abdehlt bleiben und nicht, dass die Vögel draußen wieder so viel Krach machen. Wieso? Okay, das war jetzt unberechenbar von den beiden, aber sie sind süß. Das jetzt nicht, ich muss mal hier drüber steigen, Babys. Hier, das war Karl Frederiksen. Ich muss hier noch so eine Nagerschiene dran machen. Der kleine, doofe Olle, Mann, ey, was machst du? Hä? Das kannst du von mir aus da unten machen, irgendwo an der Wände, aber nicht an dem mega aufwendigen Gehege. Ich hoffe niedlich zu sein, das ist echt doof. Ja, wirklich. Yeah, jemand ist in diesem Vlog-Fach. Hallo, Shihiro. Heyo. Würde es auch irgendwie Pummel noch pfeifen können. Keine Ahnung, siehst immer aus wie so ein runder Köse. Hallo, hier bin ich. Hallo, bist du süß. Hi. Ich weiß nicht, ist das sicher? Kann ich wirklich hinkommen? Oh, hallo Leute. Hi, habt ihr was zu essen? Habt ihr was zu essen? Ich wollte bei unseren Hamster-Vorräten mal schauen, ob wir da noch was zu knabbern haben. Und zwar eine Knabberstange, weil wir fahren jetzt im Urlaub und da wollte ich denen schon mal was, ich sage ich jetzt mal, für Langzeit geben. Ja, und Shihiro ist einer der wenigen Hamster, wo wirklich die Kräuter auch gut weggehen. Also die schnabuliert die immer sehr gut weg. Aber die anderen, die sind nicht so, also wahrscheinlich mag sie das einfach nur oder sie ist halt ein besonderer Hamster. Es riecht nach Kaninchen. Aber beiß mir jetzt nicht in den Finger. Nein. Das hat sie auch schon einmal versucht, aber da muss man immer aufpassen bei ihr. Sie ist so eine tickende Zeit. Warum hast du das zugegramm? Entschuldigung. Warum? Ich weiß nicht, was du da für unterirdische Isolationsgänge baust. Hat jetzt da die Seite markiert. Ah, die ist wirklich, man sieht, immer unterwegs, immer da, immer nah, immer fern. Shihiro ist eine bulgare Schlechte. Okay, wir haben gerade hier wegen Überfüllung geschlossen. Wer schreibt mir hier wieder? Ich habe hier nicht umgeräumt. Das möchte ich mal sagen. Meine Freundin hat hier umgeräumt. Und seitdem habe ich keine Ahnung mehr, wo die Sachen sind. Weil ich mich immer vergreife oder irgendwie keinen Plan habe, wo die Sachen sind. Weil ich wusste nämlich, dass wir noch, ja da sind sie doch, hier Knabberstangen, da, Farmies XXL haben. Ich bin jetzt sehr froh, oh es spiegelt, dass ich sie gefunden habe. Weil ich war mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt noch Knabbereien habe. Davon werde ich dir jetzt gleich eine geben, auch wenn du gerade gar keinen Plan hast, was sie sucht wieder. Sie nuschelt und nuschelt und frisst und, naja, Ene Mene Mo, drei Sorten, äh vier Sorten haben wir hier drin. Und das sind die großen, also Farmies XL, da werden auch die Kaninschen jetzt mal eins kriegen. Im Hintergrund hören wir, wie da jemand rumwuselt von den menschlichen Bewohnern hier. Und ich hoffe, das wird den Kaninschen schmecken. Bei den Hamstern weiß ich das ja schon, ne, vor allem bei dir, du Sammlerin schlechthin. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einmal hier meinen Schrank aufzuräumen, weil der wirklich das bitter nötig hat. Und zudem suche ich gerade ein paar Sachen für die Kaninschen und noch für die Hamster. Und da muss auch mal Ordnung her, weil sonst, äh, das ist immer, ich mag das nicht, wenn ich das selbst ein bisschen verschlunze. Weil ich mag Ordnung und praktisch hin, da gehst du am besten weg. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass du sonst nämlich in dem Schrank verschwinden bist. Ich wollte euch mal einen kleinen Trick zeigen, den sie schon beherrscht. Hallo? Du sollst das nicht automatisch machen, das ist ja sonst doof. Dreh dich. Ja, super. Gutes Mädchen. Das haben wir schon ein bisschen geübt. Bald kommt dann Fötchen dran und andere Sachen. Und sie ist einfach so ein süßes Kaninchen und jetzt rückt sie sich wieder. Dreh dich. Ja, super. Kriegst du nochmal ein bisschen Streichel-Einheiten. Ja, das magst du. Nein, du bist so süß. Du bist so süß und du bist so, ja. Für angebrochene Sachen bei den Tieren haben wir jetzt hier auch extra solche Klipper geholt. Und es gibt ja auch diese Dosenverschlüsse, jetzt für Nassfutter oder so. Die haben wir auch jetzt für uns selber, wenn wir da auch Dosen benutzen und nicht, also an einem Tag verbrauchen und wieder verschließen müssen. Jetzt ist natürlich genauer als Zensur der doofe da Asta. Das ist ein bisschen unschön für die Aufnahme. Ich hoffe, es geht so besser, aber ich werde jetzt einfach mal abwarten, was sie jetzt mit dem Rest da anstellen wird und filmen dann gleich mal weiter. Und sie fraß bis in den hellen Morgenstunden und das Ding war einfach komplett weg. So wird diese Geschichten enden, Leute. Shihiro wird jetzt noch ein bisschen ihre Knabberstange zerstören und wahrscheinlich noch so lange weitermachen und verstauen und hamstern, bis das ganz weg ist. Wir sehen uns einfach im nächsten Vlog von eurer Miyuki wieder. Lasst einen Like da und auch einen Kommentar, wie ihr ihn fandet mit den ganz verschiedenen vielen Tierchen, vor allem mit der Ara, weil ich mich so gefreut habe, dass sie jetzt endlich mal wieder bei mir sein konnte. Ihr hört im Hintergrund irgendeine Fight-Szene aus dem Film, keine Ahnung, was da gerade meine Freundin macht. Aber wir haben auch jetzt sehr spät und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!